so dass er wieder bei jetzt bin mein kürzten und Prozent voll in Land mit zu machen das verfahren zu werden Und die Poletale habe ich auch vergessen wegzumachen, ach. Hä, das geht doch voll nicht. Ah doch, so. Oh ja, naja, nicht immer. Ah, so. So. Hm, wie sieht denn das Haus aus? Naja, geht. Durch diesen Vorsprung da, egal, ich reiß den jetzt nicht weg. Hm, und gehen wir in die normale Welt hier. Jetzt ist unser Spawn hier ein bisschen geschützt. Können wir auch hier auf normal stellen. Wie viel Netherstone habe ich eigentlich jetzt? Boah. So viel brauche ich doch nie im Leben. Was soll ich denn mit so vielen Netherstones tun? Ähm. Hier, man, du. Platz. Rein damit, rein damit, rein damit. So. Holz können wir aufeinander stapeln. Die Platte brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Die Platte brauche ich auch nicht. Genau wie die Sandstone-Dinger. Hä, die Sandstone-Dinger. Nein. Egal. Egal. Vergesst es. Ich wollte was dazu sagen, aber... Nein, mache ich nicht. Hm. Was ich dachte. So. Da noch ein paar... Doch, Glas brauche ich. Jetzt könnte ich auch Stone-Slaps benutzen. Ja, gut. Dann muss ich mal in meinem alten Turm dann irgendwie ausbessern. Ähm, so. Ganz viele von denen. 2x64, oder so. Also, ne, so reicht's. So. Eine Tür brauche ich aber auch. Mann, ich hab kein Holz, ne? Komm ich von hier hinten an die Kiste? So. Einen Tür. Und Fackeln hab ich vergessen. Mann, ich bin auch um die Tür. Eine Fackel? Wow. Ey, Fackeln. Wow. Ich muss mich wohl so ein paar herstellen. Ähm, so. So. Und 6 und 3, das ich reiche. Keine Ahnung. Na 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 na. So, hier lang. Prozent und die ja ein Prozent Prozent obwohl Bräume und das was ich da die wie mache ich denn was, was ich vorhatte? Ähm... Ähm... Äh... Nein, ich mach hier was ganz anderes, ähm... Was ich vorhatte... Also, ich vorhatte, ähm... Weg damit, weg damit, weg damit... So... Dann baue ich aber trotzdem noch ein bisschen mehr Holz... Hm... So viel steht schon mal fest, dass ich mehr Holz brauche... Na, na, na... Na, 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 na... Oder wollte ich den noch ein bisschen größer... Ne, passt schon mal... So... Äh, ähm... Dim... Dim... Na, hier wird zugemacht... Aber sonst... Ähm... Ah... Ähm... Hm... Ein... Also, zwei müssen auf jeden Fall weinander... Also, steht... Fährst egal... Was ich mache... Ähm... Nehmen wir das und das mal weg... Ähm... Da... Ach nicht... Nein, hab ich nicht... Nimm mal die Wolle... ja aber hier ist wohl das da rum ähm Ah, mir wird morgen geschrieben, aber... Okay, dann schreibe ich kurz zurück. Ich brauche eh gleich noch mehr Holz, das steht fest. Okay, ich mach' was ich will. So... Für diese Seite reicht's noch. Ach, scheiß drauf. Ich fahre einfach runter. Da war ne Spinne. Äh... Was, wie viel Holz hab' ich denn gebraucht? Okay. Guck ich mal in meinem Haus. Auch kein Holz. Was? What the hell? Ah, hier oben noch Holz? Obwohl, ne, die Stufen sehen hier in dem Turm richtig gut aus. Was, ähm... What the hell? Kein Holz mehr? Ah, boah... Nee. Ah, hier, ich kann Holz mehr. Ich glaub's nicht. Ha, ha, ha. Ich muss echt Holz haben hier nicht. Ich glaub's nicht. Ha, 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 ha. Ah, ist so dunkel. Ne, dunkel halt will ich nicht Holz sammeln. Hä, läuft ne Kuh in die Kaktusform rein? Klang grad so. Okay, muss ich ein bisschen Holz. Äh... Da ist ein Skelett. Da geh ich nicht hin. Oder hab ich hier heute noch drin? Mal gucken. Ja, da hab ich noch ein bisschen Holz. Perfekt. Reicht mir. Hier wohnt Pizza. Ja. Ah, mir egal. Und ich hab immer auch keine zwei Lampen draufgestellt. Hier war auch kein Zaun mehr, oder? Äh, doch. Dann könnte ich das aber schnell machen. Schaffe! Ah! Eine Tierfarm! Aber erstmal machen wir das Dach hier fertig. Das steht schon mal fest. Ähm... Ich hätt's... Ein höher machen sollen. Aber sowas von. Ich hab mir jetzt so ziemlich sicher. Ein höher. Ja. Also genau über diese Reihe hier. Lassen wir's heute einfach runterfallen. Ich fang mir das gleich auf. Ich hab's jetzt so richtig gefangen. Ja. Und dann haben wir das noch nicht gemacht. Ich hab's jetzt nicht so gut gemacht. Die Decke ist so nur zwei hoch, das ist scheiße. Da kann auch nur mir passieren was. Das Holz muss ich unten noch aufsammeln. Und wenn, ist auch egal. So. Dann wird das wahrscheinlich nichts mehr mit den Lampen jetzt. So. Na 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 na. Das Dach mach ich hier noch fertig und dann. Aber da ist die Zeit auch schon um. So. So. Nein, so zieh mich. Oh. Ah, sieht besser aus. Die Tür muss aber noch rein und. So. 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 Und dass das offen ist, ist alles Absicht. Ähm. So. Und das Holz haben wir. Und das Holz nehmen wir auch mit. What the hell. Woher? Wieso? Star 1 Skelett, egal. Das war's dann wieder für heute mit. Moment, da hinten ist ein Skelett. Auf dem Loch. Wie gesagt das war's für heute mit. Let's play Minecraft, ich bin euer MK Indiana Jones.